Hallo, mein Name ist Patricia Inhofer von der Firma Nutricor. So wichtig wie die Luft zum Atmen, gesundes Essen und auch Sport ist, ist auch gesundes Wasser. Die Wasserwerke machen wirklich schon einen sehr tollen Job. Dennoch gibt es Rückstände. Keime, Bakterien, Legionellen, sogar Medikamenten oder Hormonrückstände sind mit drin. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie Anosan. Anosan ist basierend auf einer aktivierten Kochsalzlösung, absolut ungefährlich für den Mensch und für die Umwelt. Und alle Keime, Bakterien und Legionellen werden rückstandsfrei aus dem Wasser wegoxidiert. Schauen Sie gerne auf unsere Homepage vorbei www.nutricor.eu